Ansonsten ist es so, ich bin die Susanne von der sozialistischen Gruppe und ich habe mir heute eingeladen den Werner vom Gegenstandpunkt Verlag, den kennen ja sicher schon viele von euch und wir haben uns heute vorgenommen, dass wir einen kleinen Vortrag halten zu einem Buch, das vom Gegenstandpunkt Verlag neu aufgelegt worden ist. Das ist nämlich dieses Buch hier, das heißt die Demokratie, die perfekte Form bürgerlicher Herrschaft, es ist nicht nur also quasi Neuauflage, sondern die ist auch ergänzt und erweitert. Sagt jetzt glaube ich der Werner schon mal ein paar Worte dazu. Ja, du hast jetzt das meiste schon gesagt, erweitert für diejenigen, die das alte Buch kennen, um einen Artikel zum Populismus. Also ja, wo es darum gehen soll, was zeichnet eigentlich jetzt die Populisten, ob sie jetzt Trump heißen, AfD oder auch Orban. Wie passen die in die Demokratie und wie sprengen sie sie zugleich? Also wie gehen die an die Grenzen der Demokratie? Das wird da erklärt, also in unserer Neuauflage. Okay, also dann legen wir doch einfach mal mit dem Inhalt los. Es ist ja jetzt schon gesagt worden, wir wollen uns heute mit diesem Buch über die Demokratie befassen, da ein paar Gedanken daraus nachvollziehen. Und das ist ein Buch, das dreht sich da drum, was für eine Staatsform die Demokratie ist. Das sage ich vorab so, weil ich befürchte, dass vielleicht für den einen oder anderen von den Zuhörenden hier das Buch und dann natürlich auch der Vortrag heute eine gewisse Enttäuschung sein wird, weil wir nämlich nicht so über Demokratie reden werden, wie üblicherweise darüber nachgedacht wird. Das kennt ihr wahrscheinlich alle, dass sich da so gedacht wird, ja, die Demokratie ist mindestens unzureichend verwirklicht, hat viele Mängel und da müsste man eigentlich ganz viel anders machen, damit die wirklich gut ist, aber gleichzeitig hochgehalten wird, dass die Demokratie an sich, wenn sie so verwirklicht wäre, wie sie verwirklicht sein könnte und auch sein sollte, eine wirklich gute Sache wäre, hinter die man sich gerne stellt. Ja, und das haben wir heute nicht vor, aus einem ganz banalen Grund, weil ich erstmal und auch dann der Werner vorhabe, über die Demokratie zu reden, wie sie ist, wie sie wirklich und tatsächlich ist, wie wir sie kennen, zum Beispiel in unserem Land, Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratisches Land und wir darüber reden wollen und nicht über irgendeine Fiktion von einem Wolkenkuckucksheim, wo wir uns die Sache schönreden, die sie gar nicht ist. Als großen Übertitel möchte ich jetzt schon mal sagen, dass die Denkrichtung klar ist, dass gezeigt werden soll, dass die Demokratie ein Instrument der Herrschaft ist, die dieselbe einsetzt, die Herrschaft, um sich ermächtigen zu lassen. Denn der Staat, so wie wir ihn alle kennen, der ist Obrigkeit, der ist eine Regierung, die herrscht. Und zwar in der Form wird er geherrscht, dass vom Parlament Gesetze beschlossen werden, der Inhalt der Gesetze ist, dass explizit festgelegt wird, was erlaubt ist, dass festgelegt wird, was verboten ist und damit allen Leuten im Land der Weg gewiesen ist, wie sie ihre Interessen verfolgen dürfen. Und das ist nicht sowas wie ein Vorschlagswesen oder sowas, denn der Staat passt da sehr auf, sichert die Gültigkeit von den Gesetzen ab durch seine Polizei und die Justiz, die auch eingesetzt wird im Fall der Fälle, wenn es zu Wiederhandlungen gibt, werden die bestraft und eingehegt. Diese Gewalt, die hinter dem Gewaltapparat von Polizei und Justiz steht, ist überhaupt der ganze Grund dafür, warum die Gesetze in diesem Land so allgemein gültig sind, warum alle Leute im Land den Gesetzen unterworfen sind. Das liegt daran, dass die mit Gewalt ins Werk gesetzt worden sind, die Gesetze. Und deshalb die Bürger zu der kapitalistischen Kooperation gezwungen sind, die den Alltag von unserer Gesellschaft bestimmen und was wir alles kennen. Für diesen Laden ist die Demokratie, so wie es auf dem Buch steht, die perfekte politische Organisationsweise ihrer Herrschaft. Und die Herrschaft gibt sich diese Form selber. Das ist jetzt ein bisschen ein rätselhafter Satz, ich will das noch ein bisschen erklären, was ich mir dazu gedacht habe. Man denkt sich ja das meistens so, man selber oder viele Leute, wenn sie über Demokratie sich was überlegen, nehmen sie das, das ist doch eine gute Sache, weil das ist was für mich. In der Demokratie, da werde ich gefragt, also ist es ein Angebot für mich. Ich will dagegen setzen. Das ist genau umgekehrt. Das ist nicht ein Angebot an die Leute, sondern es ist so, dass diese Obrigkeit, die den Bürgern mit den Gesetzen vorgegeben und bestimmt hat, wie sie ihren Interessen nachzugehen haben. Dass die auch selbst diktiert, wie sie ihre Herrschaft organisiert. Das heißt, es ist die Obrigkeit selber, die sich die politische Form der Demokratie gegeben hat. Die ist nicht ein Instrument der Bürger für Mitbestimmung, sondern das ist ein Instrument der politischen Führung dazu, dass die Leute, die gehorchen müssen, die Führung ermächtigt. Und diese Thesen, die ich jetzt vorgetragen habe, mögen euch ziemlich steil erscheinen. Ich möchte jetzt was dafür tun, dass die auch einleuchtend werden. Machen wir mal den ersten großen Punkt. Der befasst sich gleich mit dem Herzstück der Demokratie, der Wahl. Die Wahl, das soll ja überhaupt das sein, was unsere gute Ordnung von all den unerträglichen Diktaturen in der Welt unterscheidet, wo Despoten unterwegs sind. Also eine super prima Sache. Und dabei ist die Wahl überkauft keine Aktivität der Bürger. Weder ist es eine Tat der Bürger, die Wahl, noch ist es ein Ergebnis von einer Forderung, die die Bürger geäußert hätten. Die sind in dieser ganzen Wahlveranstaltung voll auf der passiven Seite. Die werden, man kennt ja den Ausdruck und ich finde, der passt da sehr gut, vom Staat an die Urnen gerufen. Der Staat ruft die Bürger an die Urnen, dass sie ihrer Pflicht nachgehen und die Modalitäten der Wahl, ob überhaupt gewählt werden darf, wann gewählt wird, für welche Dauer gewählt wird, welche Alternativen zur Wahl antreten dürfen, wie die Stimmen ausgezählt werden und wie dann die Mandate den Parteien zugeteilt werden. Das alles ist von der Verfassung und von den Gesetzen geregelt, weil der Staat das haben will und weil er es braucht. Und es ist so geregelt, genauso wie es der Staat haben will und wie er es braucht. Das kennt man, wenn die politische Führung unzufrieden ist mit den Ergebnissen der Wahl. Wenn das nicht die Leistung bringt, die sie haben wollen für ihr Regieren, dann ist die Frage, ob das Wahlprozedere nicht anzupassen ist. Da kann man sich das klarmachen, zum Beispiel an der Fünf-Prozent-Hürde, die es für deutsche Parteien gibt. Gibt es Verfassungsgerichtsurteile dazu? Da ist mal dagegen geklagt worden mit dem Argument, da würde doch ein sehr großer Anteil der Stimmen verschleudert, weil bis zu 16, 17 Prozent der Wahlberechtigten diese Kleinparteien wählen, die dann gar nicht im Parlament vertreten sind. Dem hat das Verfassungsgericht einen abgelehnt mit der Begründung, die Regierungsfähigkeit des Parlaments geht über die Repräsentation von einzelnen Wählerwählen. Dann gibt es immer wieder mal eine Diskussion, die heißt, ist es nicht in Deutschland viel zu kurz die Wahlperiode? Diese vier Jahre reichen eigentlich nicht aus, dass die Regierung vor allen Dingen in schwierigen Zeiten durchregieren und ihre Projekte durchsetzen kann, ohne dass schon wieder der Wählerwille irgendwie störender Zwischenfunk. Ja, und ganz aktuell kann man das auch studieren an der AfD, wo im Parlament und von Politikern Alternativen gewälzt werden, wie man die AfD von ihren Parlamentsämtern und von Beteiligungen in der politischen Hoheit verdrängt, alternativerweise über Überlegungen, dass man sie gleich verbietet oder über Überlegungen, dass man administrative Maßnahmen sucht, also Finanzzugänge erschwert und so weiter, um sie fertig zu machen. Das sind alles Zeugnisse dafür, diese Beispiele, dass der Staat die Wahl seinem Herrschaftsanliegen gemäß macht. Und da ist ein entscheidendes Anliegen das, dass er von der Wahl sichergestellt haben will, die Stabilität und die Handlungsfreiheit seiner Herrschaft gegenüber dem Volk. Und wenn er damit unzufrieden ist, wird an die Modalitäten der Wahl auch mal rangegangen. Das zeigt, dass der Staat da mit der Wahl die Freiheit seine staatlichen Handelns organisiert und erwartet, dass das auch das Ergebnis von jeder Wahl zu sein hat. Gut, nächster Punkt. Was ist denn die Leistung der Wahl für die Parteien? Wählen tut ja der Bürger und der ist aufgerufen in der Wahl dazu, dass er sich an der Mehrheitsbildung beteiligt, die sich überhaupt genau bloß einer einzigen Frage widmet oder eine einzige Frage beantworten darf, nämlich die Frage, welche Personen, welche Parteien ermächtigt werden, dass sie demnächst für die nächsten vier Jahre an den Hebeln der Macht sitzen und die Staatsgewalt ausüben dürfen. Alle weiteren Fragen sind für den Wähler obsolet. Denn wenn diese Ermächtigung einmal stattgefunden hat, eine Partei die Mehrheit hat, Regierung gebildet hat, dann ist es ja bekanntlich so, dass die an den Wähler mit seinen Erwartungen, mit seinen Ideen überhaupt nicht gebunden sind in irgendeiner Weise, sondern das ausdrückliche Prinzip ist, dass die gewählten Politiker allein ihrem Gewissen verpflichtet sind, also frei sind in ihrer Gestaltung, was sie mit der Macht des Staates anzufangen gedenken und was demnächst für den Bürger verbindlich gemacht wird. Da mag sich jetzt der einzelne Wähler, ach, Gründe kennen, kennt ja jeder, ja. Wer schon mal zur Wahl gegangen ist, hat sich irgendwas dazu gedacht. Vom Negativen ausgegangen, dass er sich vielleicht gedacht hat, diesmal muss ich wählen, damit ich irgendeine andere Partei verhindere. Oder vielleicht, weil er die Hoffnung gehabt hat, diese bestimmte Partei macht es mal ein bisschen besser als die anderen. Und mit der nächsten Regierung, wenn die wirklich an die Macht kommen würden, dann schaut es für mich ein bisschen besser aus in dem Land. Alles egal. Der Wähler mag sich gedacht haben, was er will. Der Inhalt von dem, was er vor Erwartungen und Hoffnungen auf die Wahl setzt, hat mit dem Ergebnis der Wahl nichts zu tun. Denn die Wahl ist organisiert als eine Abstraktion von den Inhalten des Wählerwillens. Denn man kann schon so anfangen. Ein nacktes Kreuz, was soll da eigentlich drinstehen? Und dann das Ergebnis, auf das es ankommt, zu dem die Wahl veranstaltet wird. Da zählt jedes einzelne dieser Wahlkreuze als kleinste Einheit von dem riesigen Gesamtergebnis der Stimmen. Und geht auch nur als diese kleinste Zählgröße in die große Gesamtmenge der Stimmen ein. Und zusammengezählt ergibt es dann eben eine Mehrheit für die eine Partei, Verlust für andere Parteien. Und die Leistung vom Willen des Wählers, der für eine Partei sein Ja gesetzt hat, sein Kreuz, ist ein einziges. Und zwar sowohl für diejenigen, die die Siegerpartei gewählt haben, wie auch für diejenigen, die die unterlegenen Parteien gewählt haben. Die Leistung ist von diesen beiden, also von allen Wählern, dass sie dem zustimmen, ausdrücklich, dass sie regiert werden. In der Wahl delegieren die ihre Entscheidungsfreiheit, um es genauer zu sagen, eine Entscheidungsfreiheit, die sie sowieso nie gehabt haben. Weil die Entscheidungsfreiheit in dem Sinne haben sie ja nie gehabt, weil es steht ja sowieso nie in Frage, was der Wähler überhaupt entscheiden darf, außer dass er Politiker an die Macht bringt. Es ist nie eine Frage, dass nicht zur Debatte steht und zur Wahl steht, ob es den Staat gibt, was der Inhalt des Staates ist, ob es überhaupt sein soll, dass man regiert wird. Alle diesen Fragen werden dem Wähler nie vorgelegt. Abgefragt wird allein die Zustimmung zur machtvollen Regentschaft der Politiker. Und das nicht nur vier Jahre, sondern nach vier Jahren von neun und periodisch immer wieder. Und somit wird die Ermächtigungsleistung der Herrschaft auf Dauer gestellt. Ich habe ja jetzt davon geredet, dass da die Politiker ermächtigt werden und frei ihrem Gewissen verpflichtet sind und frei sind in ihren Entscheidungen. Das war natürlich nicht so gemeint, dass da nicht ein Inhalt, ein objektiver Inhalt im Staat vorliegen würde, an dem sich die Politiker nützlich zu machen oder der ihre Aufgabe ist. Das gibt nämlich einen Inhalt von dem Aufgabenkatalog, für den sie sich dann nach der Freiheit ihres Gewissens eben überlegen können, was steht an, was muss gemacht werden im Land. Und das ist ein Inhalt, der steht ganz unabhängig von, auch wieder vom Willen der Gewählten, also der Politiker fest. Und da muss man kein großes Rätselraten veranstalten, was das ist oder sein sollte oder ob es nicht am Ende etwas ganz, ganz anderes sein könnte, weil eins ist doch völlig klar. Dass es den Staat gibt, der wählen lässt, das ist mal die ganze Ausgangsbedingung von der Veranstaltung. Das ist der Wahl vorausgesetzt. Und dieser Staat, wenn wir an unseren denken, an die Bundesrepublik Deutschland, der wählen lässt, da gibt es eine Staatsräson, die verfolgt wird und die feststeht. Wie kann man ausdrücken oder es buchstabieren als, dass es darum geht, dass das kapitalistische Gemeinwesen, das hier vorliegt, möglichst erfolgreich verwaltet wird, wo sich der Erfolg ausdrückt im Wachstum des Geldreichtums der gesamten Gesellschaft und im Wachstum der Steuereinnahmen des Staates, die er aus dem Reichtum seiner Gesellschaft zieht. Und diesen Zweck, der feststeht, den machen sich die Aspiranten auf die Macht, also die Politiker, die sich wählen lassen wollen, zu ihrer Sache. Und diesen Zweck dienen sie und nicht ihren, ja sozial ganz verschieden aufgestellten Wählern. Diese sozial verschieden aufgestellten Wähler, egal ob Unternehmer oder Arbeiter oder sowas, die nimmt die politische Herrschaft dann allesamt in Dienst, dass der Zweck des Staates möglichst gut aufgeht. Die sind dem alle unterworfen. Und dieser Zweck ist im Staat schon mal verobjektiviert, nämlich in den Ämtern, die vorliegen, die haben klar geregelte Kompetenzen, die in Gesetzen und in der Verfassung niedergeschrieben sind. In denen ist auch niedergeschrieben, was die Politiker für einen Ermessensspielraum haben, um Gesetze zu verändern, um Steuern auszugeben. Und in diesem Umkreis haben sich die Politiker darum zu kümmern, dass der Erfolg des Staates, wie er ihn definiert hat, vorangebracht wird. Man kann das jetzt noch ein bisschen genauer durchgehen und das werde ich jetzt machen, damit die Staatsräson ein bisschen klarer wird. Und zwar kann man sich das sehr gut deutlich machen am Umkreis der Ministerien, die es im Land gibt. Weil das sind ja die Aufgabenfelder, die sich der Staat gesetzt hat, die wichtig sind. Ich mache eine kurze Setzpause, ja. Ich wiederhole jetzt noch mal einen Satz für die, die gerade gekommen sind, weil sonst sitzen sie so ganz zusammenhanglos hier rum. Und zwar haben wir natürlich schon einen ganzen Punkt abgehandelt, den ersten, der sich ganz explizit um die Wahl dreht. Und jetzt wollte ich darstellen, dass die Freiheit der Politiker, die in der Wahl ermächtigt worden sind, einen Inhalt hat. Einen Inhalt, der objektiv im Staatszweck vorliegt und der objektiv, wenn man sich ihn betrachten will, nachzuvollziehen ist an den ganzen Ministerien, die es im Staat gibt. Da ist mal das erste, das Ministerium der Finanzen, da holt sich der Staat mit seinen Gesetzgebungen von den Bürgern das, was er braucht. Und zwar, was er braucht für seinen Zweck. Und deshalb sind Steuern auch nicht ein Geben und Nehmen. Also in dem Sinne, ich als Steuerzahler kann doch dann rechtens erwarten, dass folgende Dienstleistung des Staates für mich erbracht wird. So ist es nicht gedacht. Steuereinnahmen sind in Eignung. Da wird von den Armen wie von den Reichen Bürgern im Land, von dem Geldreichtum, den sie verdient haben, von der Staatsseite abgezweigt und weggenommen, was der Staat nach seinen Zwecken beschlossen hat und vom Finanzministerium dann mit den Ausgaben in Eingeklang gebracht, wo auch die Ausgaben wieder ein Resultat davon sind, was der Staat sich an Projekten vorgenommen hat und welchen Finanzbedarf er dafür vorsieht. Als nächstes das Wirtschaftsministerium. Das widmet sich ganz explizit dem, was die Reichtumsgrundlage des Staates ist, was er sich zur Förderung auf die Fahnen geschrieben hat, nämlich das Wachstum des kapitalistischen Geldreichtums der Gesellschaft, von dem er ja hinterher seine Steuern abzieht, die wieder dafür eingesetzt werden, um das Wirtschaftswachstum zu fördern. Und zu diesem edlen Zweck ist das Wirtschaftsministerium eingerichtet und hat das Anliegen, das private Geldverdienen zu fördern. Und damit das möglichst gut in Schwung kommt, gibt es da natürlich Kriterien, die man in Kürze so zusammenfassen kann, dass das Wirtschaftsministerium sich vor allem den großen Vermehrern des Reichtums zubidmet. Also den großen Firmen, die riesige Gewinne machen, erstens. Und die zweitens viele Beschäftigte haben, damit auch der Mehrheit im Land ermöglichen, Geld zu verdienen und auch die Mehrheit im Land zu Steuernzahlern machen. Dritter Punkt auf der Agenda des Staates. Dazu gehört nämlich auch Arbeit und Soziales. Da wird immer mit einigen Stolz darauf hingewiesen, dass das ja überhaupt das größte Ministerium seinem Etat nach ist, was beweisen soll, mit welchen Wohltaten der Staat seine Gesellschaft bedenkt. Und da möchte ich mal eines dagegen setzen. Dieser riesige Etat vom Arbeits- und Sozialministerium zeigt ja überhaupt mal, wie viel Elend für die breite Masse, für die große Mehrheit im Land damit verbunden ist, dass es sich nützlich machen dürfen als Produktionsfaktoren und damit gleichzeitig Kostenfaktoren sind für die Unternehmen. Und insofern dokumentiert dieser Etat eines, nämlich dass die Mehrheit der Bürger der Gesellschaft selber von sich aus überhaupt nicht in der Lage sind, eine Lebensführung in Eigenständigkeit zu betreiben. Die sind angewiesen auf lauter staatlich organisierte Nachhilfen. Und da ist jetzt Nachhilfen schon mal gar nicht richtig das ganz richtige Wort. Da muss man vielmehr sagen, lauter vom Staat von oben erzwungene Formen kollektiver Selbsthilfe. Das kennt ihr von eurem Lohnzettel, da wird nämlich die Sozialversicherung gleich abgezweigt, bevor ihr überhaupt das Geld in der Tasche habt. Und diese Formen kollektiver Selbsthilfe, die sind notwendig, damit aus dem Lohn, der eben von den Unternehmen gar nicht dafür gezahlt wird, damit die Leute eine ordentliche Lebensführung hinkriegen, sondern nach ihren Kalkulationen entlohnt wird. Dass man aus diesen überhaupt ein dann natürlich logischerweise ziemlich klappes Lebensmittel machen kann, das für das ganze Berufs- und insgesamt das ganze Leben irgendwie ausreicht. Das kann man gedanklich zu dieser Sphäre noch dazunehmen, das Bildungsministerium, das Familienministerium, das Gesundheitsministerium. Hat man einen noch viel riesigeren Sektor. Das widmet sich alles der sozialstaatlichen Betreuung, der Armut der großen Massen im Land. Dem, dass die das nicht eigenständig hinkriegen, ihren Lebensunterhalt das ganze Leben lang zu bestreiten. Und daran merkt man an dieser Umfassenheit, wie viel Aufwand und Einsatz von der Herrschaft nötig ist, damit die Bevölkerung überhaupt tauglich gemacht werden kann für ihre kapitalistische Benutzung. Als nächstes das Innenministerium. hat die Aufgabe, dass er mit den staatlichen Gewaltorganen, mit dem Geheimdienst, die innere Ordnung herstellt, sicherstellt. Was ist der Inhalt von der inneren Ordnung, wenn man es mal ganz explizit ausdrücken will? Dass es dafür Sorge getragen wird, dass die Unterwerfung der Bürger unter die vom Staat gesetzten Regeln auch wirklich stattfindet. Und die Menge an Gewaltmitteln und an Gewaltpersonal, die in dem Land unterwegs sind, die zeigt eines, dass es so ist, dass für die Bewirtschaftung der kapitalistischen Produktionsweise in der Gesellschaft, dass die eine Unmasse von Gegensätzen produziert. Also dass die Herrschaft mit der Festlegung auf das lauter Gegensätze produziert, erstens mal zwischen den Bürgern und sich selber, zwischen den verschiedenen Klassen in der Gesellschaft und auch innerhalb der Klassen. Und dass die Herrschaft gleichzeitig darauf besteht, dass diese Gegensätze weiter bestehen, weil sie ja funktional sind für ihren Zweck, nicht ausgeräumt werden, aber in einer Form von den Bürgern auszuhalten sind, dass die Frieden geben und sich eben in die Ordnung schicken und fügen. Und noch zuletzt noch ein Satz zum Verteidigungsministerium, mit seinem inzwischen ja prominent auch sehr hohen und immer höheren Ausgabenumfang. Das zeigt wieder, dass dieser kapitalistische Staat auch mit seinesgleichen, mit anderen Souveränen in einem Verhältnis steht, was von lauter Gegensätzen und Gewalt geprägt ist, auf die er sich vorbereitet. Wenn man das durchgegangen ist, muss man sagen, den Aufgabenkatalog, um was es da geht, was da gemacht werden muss, hat man benannt, was das Ziel und die Erfolgskriterien der Amtsträger sind, an denen die sich zu betätigen haben. Und da ist es ganz egal. Man kann ja auch sagen, da gibt es Alternativen zwischen den Parteien. Egal, ob die sich mehr dazu bekennen, dass sie was für die sozial Schwachen übrig haben oder andere für die Umwelt oder für die arbeitende Mittel. Eines ist von allen verlangt und auf eines legen auch alle Parteien in ihrer Außendarstellung Wert, dass sie politikfähig sind, was nichts anderes heißen soll, dass sie wählbar sind, weil sie sich nicht nur irgendein Sonderinteresse zu ihrem speziellen Anliegen machen, sondern weil sie bereit sind, den ganzen Umkreis dieser Staatsaufgaben zu ihrer Sache zu machen und alles dafür zu tun, dass die kapitalistische Gesellschaft und ihr Wachstum ordentlich vorankommt. Und das Ziel kann man natürlich ein bisschen auf unterschiedliche Weise verfolgen, wo sich die Unterschiede ergeben aus den Widersprüchen zwischen den Ministerien und ihren Aufgaben und auch aus den Aufgaben innerhalb der Ministerien. Also da sind dann zum Beispiel Fragen, ob die Armut im Land ein bisschen mehr betreut wird. Ist aktuell bei Elba uns mit dem Bürgergeld passiert? Ein bisschen mehr finanzielle Unterstützung und Betreuung, um die Armen wieder besser in Berufe reinzubringen? Steht denen entgegen, dass dann die Steuereinnahmen an anderer Stelle vielleicht fehlen oder dass zu dem Zweck, dass der Sozialstaat besser finanziert wird, Steuern erhöht werden müssen? Da gibt es Debatten darüber, ob nicht mal wieder eine Erbschaftssteuer fällig wäre. Das sind alles Alternativen der Politik. Alternativen sind zum Beispiel auch Entscheidungen, ob Unternehmenssteuern höher oder niedriger sind. Und im Gegenzug dann eben auf staatlicher Seite das, was der Staat für die Infrastruktur tut, für Förderung von Zukunftstechnologien kleiner oder größer ausfällt. Bei allen diesen Alternativen bleibt aber das Erfolgskriterium immer das Gleiche. Das Erfolgskriterium, an dem die Politik sich abarbeitet, an dem sie gemessen wird und an dem sie sich auch messen lassen will. Das nämlich in dem, wie sie das Wirtschaftswachstum voranbringt, was da an Erträgen entspringen und was wieder aus diesen Erträgen der Wirtschaft an Steuereinnahmen und an Zuschuss an Steuereinnahmen herauskommt. Das ist der Beweis für den Erfolg oder den Misserfolg der Regierungsarbeit. Und der Streiter darum, welche Alternative jetzt ansteht, der wird in der Demokratie in der Form institutionell geregelt, dass die Partei, die die Mehrheit der Wahlstimmen bekommen hat, dann für ihre Regierungsperiode, die ihre Alternativen durchsetzen darf und die Opposition darauf verpflichtet ist, im Wattestand im Parlament das mit ihren Kontrollrechten und dem Antragswesen zu begleiten. und hauptsächlich darauf zu warten, bis sie in der nächsten Wahl vielleicht wieder eine Chance bekommt. Jetzt mache ich nochmal ein kleines Resümee aus meinem Teil, auf was es mir ankam und was die Stoßrichtung war. Ich wollte nämlich zeigen, für was sich der Bürger in der Wahl hergibt. Dass er sich erst mal mit der Wahl und der Zustimmung zu den Politikern der politischen Herrschaft unterwirft und sich die Agenda in diesem Land so buchstabiert, dass es um die Förderung des Wachstums des kapitalistischen Reichtums geht. Was bedeutet es, alle Bürger, ob arm oder reich, dafür in Dienst genommen und verpflichtet werden? Für die kleinen Teil der Bürger immerhin die Chance auf schöne Gewinne einschließt. Und für die Mehrheit der Bürger, dass auf Dauer Gestellte zurechtkommen müssen mit einem Geldumfang, der eigentlich eine eigenständige Lebensführung überhaupt nicht erlaubt. Dann mache ich mal weiter. Dafür, dass die Bürger sich für diese Veranstaltung hergeben, dafür wird auch gesorgt. Im Grundgesetz steht, die Parteien, also das ist jetzt nicht ein wörtliches Zitat, haben den Auftrag, an der politischen Willensbildung mitzuwirken. Und muss man sich mal überlegen, das ist für sich schon ein Dokument. Also diese Aufforderung an die Parteien und Auftragsgebung an die Parteien. Denn die politische Willensbildung, die hat ja offensichtlich ein Objekt. Also da wird jemandem der Wille gebildet, was die Parteien machen sollen. Nämlich den Bürgern. Insofern, auch bei dem, wo es darum geht, wie schaut denn der politische Wille im Land überhaupt aus, spielen die aktive Rolle erst mal die Parteien und die Politiker. Die Politiker, die sich als Kandidaten zur Wahl stellen. Und im Folgenden will ich ein paar Überlegungen zum Wahlkampf machen, den die Politiker dafür, ja, machen, dass sie sich den Leuten als welche repräsentieren, wählt mich, ich bin der Richtige für das Amt. Und da gleich eine Warnung vorweg. Also ich möchte davor warnen, im Wahlkampf, in intellektuellen Kreisen, folgt da eigentlich immer sofort bei, wenn man hört, Wahlkampf, so Nase rümpfen. Und da wird gesagt, ja, ja, da weiß ich schon, der will ja bloß meine Stimme und dafür verspricht er mir Gott und die Welt. Halten danach, tun sie dann wieder gar nichts, die Politiker. Es wird sich weiterhin beklagt über das Niveau der Wahlkämpfe, was den Bürgern da geboten wird. Und dann wird gesagt, naja, da wird doch den Leuten statt Aufklärung ein X für ein U vorgemacht. Und eben auch lauter falsche Versprechungen. Und ich meine, das ist nicht die Wahrheit dieser Veranstaltung. Also nicht, dass auch mal falsche Versprechungen gemacht werden, aber das ist nicht die Wahrheit der Veranstaltung. Und soweit stimmt es ja auch. Also wenn Bürger sagen, falsche Versprechungen, Politiker, Wahlkämpfer reisen durchs Land oder treten im Fernsehen auf und wenden sich an die Leute und ihre Interessen. Sie präsentieren sich als welche, die sagen, wir wissen Bescheid. Wir wissen, wie es um die Nöte und Sorgen der Leute im Land steht. Um die Nöte von Bauern, um die Nöte von Rentnern, um die Sorgen von alleinerziehenden Müttern und Vätern. Und so weiter. Und die Politiker, die versprechen, dass sie sich um diese Nöte kümmern. Und zwar so, dass sie, also diese Nöte, bei der Gestaltung von dem, was das Allgemeinwohl ist, berücksichtigen werden. So bringen Politiker in der Werbung, wählt mich, ich bin der Richtige, sich als Adressat für Unzufriedenheiten im Land ins Spiel. und zwar als welche, die was gestalten können, wie es so schön heißt. Also was heißt denn das? Ja, die die Macht haben über die allgemeinen Lebensbedingungen im Land. die diese Macht haben oder auch anstreben wollen, wenn sie noch nicht gewählt sind. Und dieses Argument, ich bin zuständig für eure Interessen, weil ich die Macht habe, das meinen sie nicht als das Eingeständnis, was es der Sache nach ist. Nämlich, wenn sie sagen, ja, ja, wir können da, indem wir euch bei unserem Programm berücksichtigen, Abhilfe leisten für die Nöte, dann geben sie zu Protokoll, dass sie ja die Lebensumstände, unter denen die Leute leben, im Griff haben. Also vielleicht haben ja die Sorgen und Nöte etwas damit zu tun, wie die Macht bisher die Verhältnisse eingerichtet hat. Und wie die Susanne das erzählt hat, mit Rechtsgewalt absichert. Darauf wollen die Politiker aber gar nicht raus, weil die unterstellen einfach die eingerichteten Verhältnisse von denen aus eben die Leute und in denen die Leute ihre Sorgen und Nöte haben. Wenn sie die Leute als welche, die bei ihnen an der richtigen Adresse sind, ansprechen. Und wenn sie dann weiter argumentieren, sagen sie, ja, wir als Macher haben es aber nicht nur mit euren Interessen zu tun. Da ist nicht nur, jetzt mache ich halt doch mal ein Beispiel, bei der alleinerziehenden Mutter, nicht nur sie hat Schwierigkeiten damit, mit dem, was sie an Geld bekommt, am Ende selber verdienen muss und dann für ihre Kinder zu sorgen. Da verweisen sie drauf, naja, da gibt es auch noch andere Schwierigkeiten im Land, zum Beispiel eben, wenn die Mutter werktätig ist, ja, die Arbeitgeber, die müssen ja auch mit den Löhnen, die sie zahlen, zurechtkommen. Sonst gibt es ja gar nicht die Arbeitsplätze, die die Leute brauchen. Weitere Sachzwänge, die da erwähnt werden und man muss auch schauen, dass es da Anliegen vieler gibt und der Staatshaushalt ein begrenztes Budget hat. So versprechen sie gar nicht den Leuten, die Bedienung ihrer Interessen. Wenn sie sagen, ja, wendet euch an mich, ich bin der Richtige für euch. Nicht die Erfüllung ihrer Anliegen wird versprochen, sondern Gerechtigkeit bei dem, dass sie alle anerkannten Anliegen in der Gesellschaft berücksichtigen und damit eben Gerechtigkeit bei dem Ganzen, was sie sich zu verwalden gedenken. Also das, was Programm des Staates ist. Diese Art der Werbung, also wie gesagt, da die Politiker zu blamieren und am Ende kräbst die Mutter mit ihrem Kind und ihrer Arbeit, die sie auch noch hat, immer noch rum, ist einerseits, das blamiert das dem Politiker gar nicht, weil das war ja nie versprochen, ein schönes Leben. Andererseits wird aber durch diese Art der Ansprache werden die Interessen und die Leute, die sie haben, ja, und das ist die eigentliche politische Willensbildung, auf das Staatsprogramm verpflichtet. Dazu möchte ich jetzt noch ein paar Ausführungen machen, die werden, wenn man es von hinten her denkt, zum Nationalismus erzogen, durch so eine Art der Ansprache. Wie? Die Anliegen der Bürger werden aufgegriffen und ihnen gesagt, ja, wir kümmern uns drum, aber dann müsst ihr mal schauen, welche Schwierigkeiten wir haben. Und das ist ein Übergang, der nicht genug, den man nicht genug hervorhaben kann. Nämlich Leute, die Probleme mit den Verhältnissen haben, in denen sie gesteckt sind und die die Politiker halt verwalten und organisieren. die waren aufgefordert, mach dir einen Kopf der Macht, die das alles organisiert und wie sie das am besten unter einen Hut kriegen könnte. Und da ist eben diese ganze Einordnung, die ich vorher charakterisiert habe, da hat die dann ihren Sinn, nämlich mach dir klar, nicht nur du hängst von der Macht ab, sondern auch andere. Weil, das wäre jetzt wieder die Wahrheit, weil ihr halt alle von der Macht mit euren Interessen ihren Anliegen untergeordnet seid. Die Wähler bekommen beigebracht, dass sie sich als Problem des politischen Managements der Gesellschaft begreifen sollen. Also, wie bringt man denn Alleinerziehende, Bauern und die Rentner in einem Staatshaushalt unter? Wie kann man denn das alles unterkriegen in so einem Staatshaushalt, ohne dass er aus ja, allen Rahmen, den die Politiker setzen, sprengt? Und so ist der Sinn und Zweck dieser Ansprache, wenn die Leute ideell sich in den Kanzler oder Finanzminister oder sonst wen hinein versetzen sollen, dass sie sich, wie ich das schon gesagt habe, sich einen Kopf der Staatsmacht machen und damit genau sich den Erfolg der Macht über ihnen und deren, die Bewältigung deren Drangsaale sich zum Anliegen machen. Sich, das Staatswohl kommt dann immer in der Fassung vor, des Wohls des Großen Ganzen. Und diese Lektion des Wahlkampfs die geht auch viel unmittelbarer. Die Parteien präsentieren sich als ein Verteidiger von einem großen nationalen Wir. Nach innen kennt man so Sprüche gegen Privilegien und Sonderinteressen. Die Lobbys dürfen doch nicht den Staat bestimmen. Was wird denn da eigentlich gesagt? Ja, gerade die Unterordnung der einzelnen Interessen unter das, was der Staat als allgemeinwohl definiert, wird hier zum elementaren Bedürfnis der Leute gemacht und ihres Wirs. Eine andere Parole, wie sagt Gegenspaltung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Was wird denn da eigentlich schon wieder? Gegenspaltung. Ja, ja, da kann jeder an das, was er nicht mag, aber denken. Aber gesagt wird da die Nichtigkeit abweichender politischer Standpunkte. Die darf doch nichts durcheinander bringen. Das ist eigentlich das, was da als Bedürfnis ausgesagt wird. Und das wird den Leuten als ihr Herzensanliegen vorbuchstabiert, wenn die Politiker sagen, da kümmern wir uns drum. Das braucht ihr. Nach außen solche Punkte wie Migration kontrollieren. Ja, so treten Politiker an. Da ist gar nicht die Frage, was geht einem das eigentlich an? Also wie ist man denn von Migration überhaupt betroffen? Ist man überhaupt betroffen? Hätten man sie denn vielleicht gern? Nein, da wird ein Kontrollverlust angemahnt, also wieder, dass man sich die Überlegung macht, der Staat darf doch die Kontrolle über seine Grenzen nicht verlieren. Und das als eine elementare Dienstleistung an den Leuten. Ohne große Begründung. Wenn man die härtesten Sachen jetzt überlegt, die europäische Friedensordnung sichern gegen Putin. Ja. Keine Frage, wie man in der europäischen Friedensordnung vorkommt. Was hat man denn von der? Wie kommt man denn da vor? Nein, ist ganz klar, man wird vereinnahmt, auch hier. Dass der deutsche Staat sagt, er steht hier für die europäische Friedensordnung und sagt, die muss er gegen andere Mächte durchsetzen. Weil diese nämlich stören Friede daran. Also solche Parolen, die sprechen die Leute an, als welche, die nicht mehr zwischen sich und der Macht über sie unterscheiden können und wollen. So werden die Leute angesprochen. Das wird ihnen nahegelegt als selbstverständlicher Standpunkt und in der Ansprache der Politiker. Und deswegen lassen sich manche Botschaften des Wahlkampfs, die dann so als Schlager gelten, ganz kurz zusammenfassen. Wir für Deutschland. Oder einfach nur Deutschland auf Plakaten. Alles klar? Also wenn man sich mal überlegt, was das für eine Zumutung ist, also da kriegt man geboten, Deutschland als Argument. Inwiefern, wofür? Nichts. Dem Wähler wird zugemutet, unmittelbar ein Bekenntnis zu seinem Land abzuliefern und deswegen eben für den Politiker zu sein. Für für die Politiker steht steht ja steht ja all das, was ich jetzt erzählt habe, von dem, dass ihr die Sorgen und Nöte der Leute kennt, bis eben das, bis zur Parole Deutschland für eins. Wählt mich. und deswegen stehen diese ganzen Slogans und Parolen dafür, dass sie den Willen und die Fähigkeit haben, die Staatsmacht zu gebrauchen, wie es nötig ist. Und deswegen, weil sie welche sind, die das können, haben sie die Zustimmung der Bürger verdient. Die Politiker geben damit an, dass sie die Anforderungen ihres Amtes und den Gebrauch ihrer Macht in ihrer eigenen Person verkörpern. Sie können es, die anderen nicht. Und weil das alle Politiker von sich glauben, von sich sagen, geht jetzt die Konkurrenz darum, dass man es ihnen glaubt und den anderen nicht. und diese Konkurrenz, das Ringen um Glaubwürdigkeit, ich bin einer, dem man vertrauen könnte. Das ist selber wieder ein Dokument der Irrationalität der ganzen Veranstaltung. Nämlich, dass man Politikern glauben Glauben muss, verweist ja drauf, dass, wenn sie mal gewählt sind, die Macht haben und frei entscheiden. Und dass die Leute den Entscheidungen ausgeliefert sind. Deswegen muss man vertrauen im Vorhinein. Also auch hier merkt man, wie bei dem vorhergehenden im Wahlkampf hier ist richtig unterstelltes Argument die Macht und dass es sich darum geht, irgendwelche Leute, Politiker, die dafür werben, ihnen ihre Stimme zu geben, in eine Machtposition zu hieven, damit sie eben über die Leute bestimmen können. Und deswegen ist es eine schöne Übung für alle Politiker. Ach, da lässt keiner was aus. Ihr habt ja wieder alle im Februar sind da immer Highlights mit diesem Starkbieranstieg, Gillermoos und auch wie auch all diese Festivitäten immer heißen. Kein Politiker lässt es aus, der ein bisschen prominent ist, ins Bierzelt zu gehen und quasi sich zum Volk zu begeben. Sie gehen auf zu Fußballspielen, lassen sich da zeigen und das Argument dabei ist, ja gerade weil sie eben nicht so sind wie alle anderen, weil sie eben die Oberen sind, dass denen es honoriert wird, dass sie sich zum Volk herabbegeben und sich als Anhänger von deren Sitten und Gewohnheiten und Freizeitvergnügungen stilisieren. Wenn wieder und demnächst ist es ja wieder so weit, das ist dann der Europawahlkampf, aber da wird man das auch wieder sehen, das nächste, wie da Unglaubwürdigkeit gewordigt ist, geworben wird, ist auch ganz einfach, kennt ihr alle. Man pflastert einfach an der Straßenecke oder sonst wo, möglichst an vielen Ecken, das Gesicht von irgendwelchen Politikern. Muss man mal, ja, das ist das, was die Intellektuellen als, das ist ja wohl eine trostlose Art und Weise für sich zu werben, aber was ist da das Argument? Es hat ein Argument, nämlich, ihr kennt mich, ich bin einer, der ein sympathischer Kerl ist, der ein vertrauenswürdiger Typ ist und da wird den Bürgern zugemutet, ein objektiv geregeltes Herrschaftsverhältnis, darauf bewirbt sich ja der Politiker auf irgendeinem Amt, was von Staatswegen her vorgesehen ist, dass man sich das übersetzt in ein persönliches Vertrauensverhältnis. Und dabei lassen sie gar nicht hinter dem Berg, dass bei diesem Vertrauensverhältnis sie welche sind, die das Sagen haben und auch das Sagen haben wollen. Das ist nämlich die nächste Art und Weise, wie sie sich für sich werben, indem sie ganz abstrakt neben all dem, wo sie sagen, ja das muss gemacht werden und wir kennen die Sorgen und Nöte und das passt am besten so zusammen mit allem anderen, dass sie sich als Führungspersönlichkeiten zur Schau stellen. Wie macht man das? Ganz einfach, Führer ist man dadurch, oder halt Führungspersönlichkeit ist man dadurch, dass man möglichst viele Anhänger hat, ganz schlicht, dass einem ganz viele nachlaufen und das wird inszeniert auf Parteitagen, da wird dann der Applaus gemessen, wie stark die zugejubelt haben, ob die Zustimmungsrate 99% oder doch nur 75% war, was dann als Unfall verhandelt wird und so weiter und so fort. Und da merkt man, da wird Erfolg, den man schon hat bei dem, dass man es geschafft hat, andere hinter sich zu bringen, zum Argument dafür, dass man doch an die Macht gehört, also eben erfolgreich Führungspositionen begleiten darf. Ich mache hier mal eine Zusammenfassung von dem Punkt, wie das in die Systematik und zu dem gehört, was die Susanne vorhin gesagt hat. Ja, in der Demokratie wird ganz viel unternommen, dass Politiker sich als welche präsentieren, denen man, falls sie gewählt sind, nicht nur gehorchen muss, es ist durchs Amt gegeben, sondern, dass sie auch den Gehorsam der Bürger verdient haben. diese in der Demokratie gepflegte Frage, nämlich, die haben das Amt verdient, das im Übrigen auch andere Herrschaften durchaus kennen. In der Monarchie ist der König ein guter König, selbst im Faschismus war es so, ist der Führer ein guter Führer und manche haben gesagt nein. Sehr viele aber ja. Durch, aber diese Frage wird richtig in der Demokratie dadurch, dass es den Politikern geht, sich wählen zu lassen und dafür eben um Stimmen zu werben, zum ganzen System der Ansprache ja und von daher eben der Bildung derjenigen, die so angesprochen werden, ausgearbeitet. Und das hat eben einen Sinn und Zweck, damit sie eben auch auch für diese Veranstaltung, die die Susanne als ja, da wird der Wille der Bürger eingespannt dafür, ein Herrschaftspersonal über sich zu installieren in der Wahl, das dann nach seinem Ermessen und nach der Staatsressort, die sie erläutert hat, über die Leute das verhängt, was sie für angemessen halten und dem Staatsprogramm dienlich. Und bei dieser Veranstaltung geben die Leute glatt, indem dass sie sich daran beteiligen, die Zustimmung ab zum Regiert Werden, das doch über sie bestimmt werden soll. Und dafür ist dieser ganze Wahlkampf ein Beitrag. Der bildet den Willen der Leute so. Der veranstaltet und der präsentiert ihnen oder man kann sagen mutet ihnen zu, aber präsentiert ihnen als Selbstverständlichkeiten Argumente, wo sie eben letztendlich was alles drauf hinausläuft, auf die eine Frage vertraue ich diesem Führer, entspricht er meinen Kriterien dieser Politiker oder nicht. Und damit sind sie dann eben darauf vorbereitet, an einer Veranstaltung teilzunehmen, indem dann Leute ihnen die Lebensbedingungen servieren und von denen sie nicht wissen müssen, warum es sie gibt, wofür es sie gibt, welche Zwecke da herrschen, sondern wo ihnen das, was ihnen dann politisch hin organisiert wird, als ein Sammelsurium von Notwendigkeiten entgegenkommt, an denen sie sich irgendwie abarbeiten müssen. Also der Wahlkampf ist eine Veranstaltung, wo die Leute für die Herrschaft zurechtgemacht werden. Also das sollten jetzt meine langen Ausführungen zum Wahlkampf sein. Jetzt bin ich mal ruhig, ich habe noch eine zweite Anmerkung zur Demokratie, zur Wahl und ihrer Leistung, nämlich die Rolle der Unzufriedenheit in ihr. Und das wäre dann auch die Antwort, warum perfekt also warum unser Buch heißt die perfekte Form bürgerlicher Herrschaft. Vielleicht gibt es ja Nachfragen zu den bisher Gesagten. Ja, also zunächst mal danke an beide an euch, sehr spannender Vortrag und meine Frage wäre inwiefern dem Staat wichtig ist, dass die Beherrschten an ihn glauben. Also wenn ich es richtig verstanden habe, der Staat ist ja ein transpersonales Herrschersystem, also wer da jetzt letztendlich gewählt wird, der Staat existiert weiter und irgendwie gewinne ich den Eindruck, dass die Demokratie und die Wahlen sozusagen ein Glaubensritual für den Staat sind, dass da irgendwie er sich zu zeigen gibt, ja, glaubt an mich, ich existiere, ich bin für euch da und was würde einfach passieren, wenn also große Teile der Bevölkerung aufhören, an diesen Staat zu glauben, ob er dann aufhört zu existieren oder ja weil ich sehe den Staat nicht, ich spüre ihn nicht, ich weiß nur, dass er mich beherrscht, aber wenn ich nicht an ihn glaube, an sein Versprechen und wenn ich dann nicht der Einzige bin, dann und letztendlich die Demokratie, die Wahlen kommt mir vor wie ein großes Ritual um den Staat zu bestätigen, dass er existiert, obwohl ich ihn ja nicht sehen kann, ist vielleicht jetzt ein bisschen weit ausgeholt, aber mich interessiert letztendlich, wie wichtig es dem Staat, dass an ihn geglaubt wird. Ich würde gerne noch was nachfragen, wie du das meinst, ich habe jetzt verstanden, vielleicht habe ich dich ja total missverstanden, dass sich auf den Hauptpunkt kapriziert, du sagst, den Staat merkt man ja gar nicht, aber er ist irgendwie da und die Wahl ist letztlich dafür da, um etwas zu bestätigen, von dem man nichts merkt und wenn das die Leute nicht mehr täten, dann wäre er weg. Aber ist das der Punkt, dass du sagen willst, den Staat, der existiert, letztlich nur wegen dem Glauben der Menschen an ihn, habe ich das richtig verstanden. Mich würde interessieren, inwiefern der Glaube wichtig ist für den Staat oder ob er überhaupt keine Rolle spielt. Also ich glaube, du magst als erstes und leistest dir einen ziemlichen Widerspruch. Also gerade, was die Susanne nochmal von dir gesagt hat, wenn du sagst, du magst den Staat nicht und das ist irgendwie sowas Ideelles, ach, man denkt fast an sowas wie ein Gott oder so, ja, und dann plötzlich sagst du, aber du weißt, dass du beherrscht wirst. Das halte ich für einen totalen Widerspruch. Nimm mal das ernst mit, du wirst beherrscht und ach Gott, das muss man sich ja auch mal klar machen mit dem Wissen. Ja, ja, dass Gesetze gelten, das weiß man, dass man sich an das halten muss, was halt gilt, ja, ja, klar, das weiß man. Und jetzt, du musst dir doch mal umgekehrt denken, gleichwohl wird das gedacht, als, naja, das braucht ja auch unser Allgemeinwohl. also von wegen mit, man weiß, dass man beherrscht wird. Also das, so ist es, so ist es doch gar nicht, also so wie du das einfach so hinsagst. Weder ist der Staat eine Illusion, von der man nichts merkt, noch ist es einfach so, ja, ja, hier gibt es einen Gegensatz, da will etwas, will eine Instanz etwas von einem, was einem nicht gut tut, sondern wofür man für ein Programm eingespannt wird. Also auch die Seite stimmt doch gar nicht. Also wenn du sagst, das ist doch selbstverständlich. Deswegen glaube ich auch, und du bist selber ein Dokument davon, wenn du sagst, vom Staat merke ich ja gar nichts, weil du tust dir dann genau in deinem Alltag, dem du nachgehst, da hast du doch dann gar nicht, dass du sagst, ja, ja, schon wieder bin ich drauf gestoßen, hier werde ich für folgendes Programm herangenommen. Als Student, als Auszubildender, als Schüler oder weiß der Henker was. Das war doch deine Idee mit, du merkst doch gar nichts vom Staat, also von dieser Instanz über dich. Ja, sag nur, du schüttelst da an den Kopf. Ich weiß nicht, ich halte das für eine komische Idee, wenn man in der Früh aufsteht, rausgeht und seine Brötchen holen will. Das ist das Erste, das mir auffällt, dass ich meinen Geldbeutel nicht vergessen darf. Ja, und den muss ich auch erst auffüllen. Und wer hat mir das eigentlich gesagt, dass ich ihn auffüllen muss, dass ich nicht zum Bäcker gehe und einfach sagen kann, ich hätte heute Kuchen und Kaffee. Also da merke ich Das sagt dir keiner. Das sagst du dir selber. Es ist klar, dass mir das keiner andere sagt, aber die Vorstellung, ich merke den Staat nicht, der es mir zum Auftrag gemacht hat, bevor ich irgendwas einkaufe, muss ich Geld haben. Nein, ich wollte, du hast mich ja nicht, ich wollte doch gar nicht sagen, dass man den Staat nicht merkt, sondern ich wollte mal, man denkt doch, was er sagt, ist ein unmittelbarer Widerspruch. Ja, der Staat ist nur ein ideelles Hirngespinst, das nur im Glauben existiert, aber man merkt Herrschaft. und das wollte ich mal auseinandernehmen, dass an dem, dass er das so hinsagt, merkt man doch, er denkt gar nicht bei dem, was er alltäglich begegnet, was du jetzt erinnerst, selbst wenn man Brötchen holen geht, dass man da in ein herrschaftliches Programm eingespannt ist. Daran denkt er doch gar nicht. Ich habe mich vielleicht auch aufmerksam gemacht, dass er mal bitte daran denken möchte, bevor er solche Sprüche macht. Ich versuche es mal von einer anderen Ecke her. Ich glaube dir nämlich überhaupt gar nicht, dass du ihn nicht merkst. Ich vermute mal, dass du einen Personalausweis hast. Du bist abgelaufen. Dann schau das wieder an, kriegst. Was steht denn da drin? Da steht nämlich drin, zu wem du gehörst. Und wenn du verreisen willst, nämlich auch mal an, zumindest außereuropäisch, dann brauchst du einen Reisepass. Da steht auch noch mal drin, zu wem du gehörst und der andere, wo du hin willst. Der sagt, das schaue ich erst mal nahe, ob du überhaupt rein darfst. Die ganz banalen Sachen. Und wenn du ein bisschen studieren willst, da brauchst du auch erst mal die Erlaubnis dazu, dass du was anderes nämlich schon hinter dir gelassen hast. Dass du mindestens ein Abitur hast und so Sachen. Also du merkst, das sind ganz banalen Sachen. Und über den Griech will ich ja gar nicht reden. Da merkst du es ganz unmittelbar, aber das lassen wir mal. Und als Ergänzung dazu gedacht nach, jetzt nicht gleich mit dem Ausweis, leuchtet mir alles ein. Wenn man das denkt, wie du sagst, du stehst früh auf und merkst nichts. Da wollte dich die Rednerin hinten dran erinnern, das ist doch gar nicht die Wahrheit. In dem Land ist es doch völlig klar, du musst bezahlen. Du kannst dir Brötchen nicht einfach nehmen, weil das ist Diebstahl. Und dann kannst du ja sein, dass du es nicht merkst, in dem Sinne, weil dir das so selbstverständlich ist, dass du bezahlen musst, dass dir natürlich die Polizei oder die schreiende Bäckersfrau nie begegnet. Dass das alles ganz normal ist. Und ich glaube, da ist ein Punkt in dem Vortrag, der am Anfang war, man sagt, mit was herrscht denn der Staat, mit Gesetzen, an die sich die Bürger zu halten haben. Und soweit man sich an die hält und es wird verlangt, ja, wird der Gehorsam halt abgeliefert und es ist das ganz Normale. Und trotzdem ist es klar, dass die überhaupt gilt, dass die alle gelten, die Gesetze, weil ein Gewaltapparat dahinter steht und sie im Zweifel sichert und verteidigt. Und da kannst du dann nämlich ganz schnell bemerken, wenn du auf die Straße gehst und dich an die Gesetze nicht hältst, wenn es eine Staatsgewalt unterwegs ist und sich mit dir befasst. Und ansonsten muss man halt sich ein bisschen drüber nachdenken vielleicht, was man da eigentlich tut. Jetzt ist gesagt worden, als Student, wenn du sagst, ja, und du arbeitest, du kriegst am Ende des Monats eine Lohnabrechnung, jeden Monat von neu, da steht drauf, was für Steuern an den Staat gegangen sind. Und das merkt man ziemlich deutlich, weil das sind nämlich im Durchschnitt 30 Prozent, was da vom Gehalt weg ist. Also und insofern zu der Frage, existiert der Staat, weil die Leute daran glauben? Ja, der Staat existiert deshalb, weil es ihn gibt und weil er mit seiner Gewalt seine Gesetze macht und so seine Anliegen durchsetzt. Das hängt nicht dran, ob du dran glaubst und zur Wahl gehst. Merkt man ja auch dann, wenn es mal Nationen gibt, die sagen, sie haben nur 30 Prozent Wahlbeteiligung. Da kommt hinterher auch eine Herrschaft zustande, die regiert. Hier ist es natürlich nach der Seite viel schöner, wenn alle vier Jahre von so vielen Bürgern in so großer Mehrheit immer wieder dem Staat ganz explizit bestätigt wird, dass man dafür ist, dass er mit seinem Herrschaftspersonal die Regierung ausführt. Also wenn sie das explizite Bekenntnis dazu ablegen, dass sie beherrscht werden wollen. Jetzt soll der ursprüngliche Fragesteller mal sagen, ob das viele, was er hingeredet hat, ist, das hilft oder nicht oder wie er die Frage jetzt. Das mit dem Widerspruch ist einleuchtend. Nur noch vielleicht noch mal zu den Gesetzen. Letztendlich die Exekutive, die wird ja bezahlt, die Polizei wird ja bezahlt, um die Gesetze aufrecht zu halten, aber irgendwie spielt doch da auch ein gewisser Glaube mit. Also wenn niemand an die Gesetze glaubt, dann existieren sie doch auch nicht. Es geht ja nicht um mich. Wenn ich dran nicht glaube, das ist ja vollkommen wurscht. Aber wenn die breite Masse nicht dran glaubt, das war eigentlich meine ursprüngliche Frage und nicht, ob ich dran glaube, ob ich morgens aufstehe und den Staat spüre oder nicht spüre, mich interessiert, ob es dem Staat wichtig ist, dass irgendjemand dran glaubt, ob dieses, ob der Staat irgendwie nutzt, ja. Ich wollte eigentlich mit dem, was du genau mit Glauben meinst, so wie du das jetzt ein bisschen ausgeführt hast, ist eigentlich so verstanden, dass die Leute die Gesetze für gut und richtig halten und sich deswegen dran halten. Das hast du gemeint, ne? Okay. Also du wolltest sagen, ohne dass die Leute das für in Ordnung halten, dass es die Gesetze gibt und sich dann auch entsprechend verhalten, kann das Ganze nicht funktionieren. Ja, dann muss man erst mal sagen, dann ist es der Fall für die Notstandsgesetze, wenn so alte Architeiten immer dran glauben und sich immer dran halten würden. Dann ist nicht das Gesetz weg, sondern die Demokratie ist dann weg. Das ist ein Missverständnis. Er will doch gerade sagen, er will doch gerade sagen, dass die Existenz des Staates davon abhängt, dass die Leute das für in Ordnung halten, was er macht. Also er denkt gar nicht an die Abwesenheit, dass das für nicht gut gehalten wird, sondern er will doch immer sagen, also eigentlich will er sagen, die Leute stehen doch dahinter. Naja, eines kann man ja sagen, ob sie jedes einzelne Gesetz gut finden, das steht mal auf einer ganz anderen Frage. Dass sie die prinzipielle Zustimmung haben, dass die Regierenden entscheiden, auf was sie hören müssen, das ist natürlich klar, dass sie da meinen müssen, das ist in Ordnung. Und ansonsten meine ich, hat der Peter hinten völlig recht, wenn er sagt und uns nochmal daran erinnert. Und wenn die Leute der Masse danach das nicht mehr in Ordnung fänden und sagen, es ist Schluss, also dem wollen sie sich nicht mehr anbequemen und anpassen, dass da ganz andere Fragen auf der Tagesordnung sind, weil sich der Staat nämlich von oben dann erst mal mit seiner Gewalt durchsetzt, also das ist ein Fall von Notstandsgesetzen und wenn sich die Leute immer noch nicht anpassen wollen und Widerstand leisten, ist es ein Fall von Bürgerkrieg. Peter und Susanne haben es eigentlich schon gesagt, also wenn du sagst, die breite Bevölkerung die lehnt irgendwie die Gesetze ab oder die Besitzverhältnisse ab, das ist dem Staat eigentlich egal, was da die Bevölkerung macht, also wenn die Bevölkerung die Besitzverhältnisse ablegt, dann kommt ganz schnell die Exekutive und rückt die wieder in Ordnung, die Besitzverhältnisse, so wie es die Staatsressort vorschreibt, also wenn die breite Bevölkerung sich nicht an die Gesetzeslage hält, dann spürst du den Staat. Eine Ergänzung noch zu deinem, weil du jetzt gesagt hast, das ist dem Staat ganz egal, nach einer Seite erstens ja, weil der Staat auf seinen Regeln besteht, nötigenfalls auch mit Gewalt. Zweitens ist ihm natürlich gar nicht egal, was die Leute denken, weil die schöne Bequemlichkeit des Regierens, dazu gehört ja das, dass die Leute sich anpassen. Das waren ja auch die ganzen Ausführungen von Werner, die dafür sprechen sollten, wie den Leuten von oben mit der Wahlwerbung, die nicht nur in der Wahlperiode geführt wird, sondern die ganze Zeit über beigebracht wird, dass sie ihre Interessen, dass die aufgehoben sind im Staat und sich halt nur zu relativieren haben an anderen anerkannten Interessen, die aber genauso gelten, wo dem Bürger klargemacht wird, und dann gibt es noch einen Staatshaushalt und der Staatshaushalt muss diese allen anerkannten Anliegen in der Gesellschaft finanzieren, also musst du doch einsehen, muss er doch einsehen, dass da eben nicht immer alles drin ist, was er sich vorstellt, dass diese Gedanken vorstellig gemacht werden. Und jetzt an deiner Überlegung, wenn man es ja jetzt mal so versteht, wie sie das versucht hat zu erläutern, dass du sagst, naja, dass flächendeckend die Gesetze geltend unterstellt, dass sie flächendeckend akzeptiert werden. Also ich habe jetzt bewusst zweimal flächendeckend gesagt, um dieses Missverständnis wegzuhaben mit dem Einzelnen. Das war doch dein Gedanke. Und da muss man sagen, da ist was dran. Also der ist ja für sich nicht verkehrt. Also verkehrt ist und dann muss der Staat abdanken. Also da gab es die Nein, dann ist eine Gewaltfrage dran. Dann ist die Frage nicht, gelt dieses oder jenes Gesetz oder gelten die Gesetze, gelt die Ordnung, sondern dann geht es um die Durchsetzung der Instanz, die sagt, ihr habt euch gefälligst mir durch euch unterzuordnen. Das waren die Beiträge vorhin. Aber jetzt, das kann man doch, also das meine ich schon, das kann man umgekehrt auch den Ausführungen entnehmen, dass offenbar die Herrschaft, so wie sie hierzulande organisiert ist, auf das willige Mitmachen der Leute aus ist und das pflegt, also richtig pflegt. Also das meine ich und pflegen heißt nicht, dass die Interessen bedient wird, sondern dass sie einsehen, dass sie sich aufgeben müssen, also jetzt überhaupt nicht gelten, sondern halt sich einordnen müssen und relativieren. Also das kann man schon meine ich wenn die Überlegungen in die Richtung gehen, halten. Ich mache noch meinen letzten Punkt mit der Unzufriedenheit, weil das passt da eigentlich nicht unmittelbar, aber es passt schon gut rein. Weil eins muss man sich klar machen, die Parteien in ihrer Konkurrenz, die haben verdammt viel übrig für Unzufriedenheit der Leute und das unabhängig davon, ob sie an der Macht sind oder nicht an der Macht sind oder also erst an die Macht wollen in der Opposition, so beziehen sie sich laufend auf vorhandene Unzufriedenheiten und manchmal erfinden sie auch erst welche. Also erfinden jetzt nicht in dem Sinn, dass die ganz aus der Welt sind, sondern sagen den Bürgern, ja, ihr habt recht, wenn ihr mit der Inflation unzufrieden seid oder mit den Nöten des Staatshaushalts, der zur Inflation angeblich dann führt. Die schlechte Krankenhausversorgung und so weiter und so fort. Laufend werden Leute angesprochen als ja, ja, gibt Unzufriedenheit, das ist okay und von den wahlwerbenden Parteien und Politikern ist dann gar nicht so sehr der Unterschied, den gibt es schon auch, dass die einen sagen, das muss mehr berücksichtigt werden, die anderen sagen, das muss mehr berücksichtigt werden, ja, das gibt schon auch, aber der wesentliche Unterschied in der Ansprache ist, ob sie bereits an der Macht sind oder erst dahin wollen, nämlich bei der Regierung und bei den Regierungsparteien wird Unzufriedenheit, die auch sie gelten lassen, drauf zurückgeführt, erstens auf ein noch nicht, da kommt was noch nicht an, sie sind ja schon die ganze Zeit dabei, das zu bearbeiten, Krankenhausreform und so weiter und so fort, zweitens, dass das noch nicht passiert, das liegt einerseits an Umständen, die sie erstmal nicht zu verschulden haben, widrige Umstände, da wird jetzt aktuell immer halt auf den Ukraine-Krieg und dass der Putin den Gashahn zugedreht hat und so weiter und dass dadurch alles durcheinander kommt verwiesen damit eben auch gleich auf Interessen vor allem ausländische Interessen die ihnen bei der Bewirtschaftung ihrer Nation in die Quere kommen und eben auch Oppositionspolitiker denkt man an die Krankenhausreform die immer sofern sie ein Stück Macht haben im Land nicht das machen was die Regierung will die Quintessenz von all dem wo sie sagen ja wir arbeiten an der Unzufriedenheit ist ein Aufruf an sich selber nämlich die Macht rücksichtsloser zu gebrauchen also steht für die Regierungsparteien Unzufriedenheit mit erstens mit einer Bestätigung sie müssen gebrauchen ja die Macht und zweitens noch mehr davon dafür steht bei den Regierungsparteien Unzufriedenheit bei den Oppositionskandidaten da ist es ganz schlicht da ist das Hauptargument die anderen können es nicht also die die an der Macht sind können die Macht nicht gut gebrauchen sie propagieren das Ideal dass es für echte Unzufriedenheit eigentlich keinen Grund geben dürfte wenn die Macht nur richtig gebraucht würde und dafür stehen sie also muss man sie wählen und an die Macht bringen also nicht regieren ist der Grund der Unzufriedenheit sondern schlechtes regieren so wird im demokratischen Staat die notwendige Unzufriedenheit mit Verhältnissen wo die der Großteil der Bürger für Zwecke herangenommen werden die ihnen nicht gut tut diese Unzufriedenheit die wird nicht verboten oder totgeschwiegen sie wird eingebaut in das Funktionieren der demokratischen Abwicklung der Gegensätze zwischen oben und unten also von Herrschaft und Beherrschten sie wird produktiv gemacht die Unzufriedenheit in der Weise wie ich es vorhin charakterisiert habe für die Erneuerung der Hoffnung auf bessere Herrschaft und mit dieser Hoffnung für die Ermächtigung derjenigen die die bessere Herrschaft ausüben sollen und umgekehrt das habe ich gerade schon angedeutet ist damit im ja im demokratischen Ablauf eine Kritik von vornherein schräg nämlich der Staat und seine Notwendigkeiten das Programm was er verhängt das kommt bei der Geschichte immer als unterstelltes es was es besser zu machen gilt vor deswegen eine Kritik am Staat ist erstmal wieso also was soll das überhaupt sein und was steht denn im Fokus der Kritik ob es die Politiker die in Amt und Würden sind ob die ihr Geschäft gut machen also Staat ist aus der Schusslinie gebracht der ist sogar als das unterstellte es mit seinen Verhältnissen die gelten als das was besser gemanagt ist als Selbstverständlich als Selbstverständlichkeit unterstellt dass es besser zu managen gilt und der Fokus geht auf das Personal und die kriegen die Schelte dass sie das immer nicht gescheit machen gut recht bekommt die Unzufriedenheit der Bürger also in einer doppelten Weise man kann gar nicht sagen dass aus der Unzufriedenheit der Bürger nichts folgt da folgt schon was draus aber was denn halt eine Regierung die dann das Land wieder gemäß ihren Vorstellungen ob es jetzt die alte ist oder die neue ist ist egal da folgt eine Regierung draus die eben per Wahl an die Macht gekommen ist damit ist erstmal demokratietheoretisch alle Unzufriedenheit abgegolten weil jetzt hat man eben das was man eben gewollt hat als unzufriedener Bürger eine neue Regierung das ist der eine Platz für die Unzufriedenheit nämlich die Regierung macht ihr Programm und verhängt die Notwendigkeiten die sie sieht der zweite Platz nämlich als nicht berücksichtigte Kritik existiert die Unzufriedenheit glatt in Gestalt der Opposition nämlich als unmaßgebliche Kritisiererei Stellungnahmen zum Programm der Regierung die eben weil sie keine Mehrheit hat irrelevant ist also Unzufriedenheit ist sogar eingebaut hat sogar einen Adressaten hat sogar einen Vertreter aber halt mit dem das ist praktisch als die dann praktisch irrelevant ist und auch da noch haben die Bürger sogar eine Freiheit meistens also in den meisten Demokratien nämlich die können sich dann raussuchen welche Opposition sie meinen wäre die richtige auch da ist dann wieder ihr Wille gefragt und auf wen sie dann das nächste Mal bei der nächsten Wahl setzen können also die Hoffnung bleibt erhalten gut und das muss man mal sagen jetzt zurückgelehnt diese große Ankündigung von mir wahrgemacht perfekte Form bürgerlicher Herrschaft perfekt deswegen weil die Demokratie gar nicht verspricht euch geht's allen gut ihr werdet bedient und sich dann lamiert dass das gar nicht der Fall ist nein die verspricht das gar nicht sie lässt sich auch gar nicht dran messen sondern sie rechnet mit Unzufriedenheit und in ihrem Getriebe lebt sie von der Unzufriedenheit das ist gerade eine Produktivkraft für die Erneuerung eben von irgendwelchen Herrschaftsfiguren überein und so ist glatt das ist einem was nicht passt dass man es schwer hat dass man mit Zumutungen konfrontiert ist in seinem Alltag wird sogar noch das herrschaftsdienlich gemacht also das finde ich verdient das Prädikat perfekt damit wäre ich jetzt für das was ich vortragen wollte fertig also ihr müsst doch jetzt irgendeinen Einwand vorbringen das kann ja gar nicht sein also ich würde gerne nochmal den Punkt von vorhin aufgreifen also ich habe mich da unglücklich ausgedrückt also mein Punkt war gewesen dem Staat ist es natürlich nicht egal wenn er da wenn seine Bevölkerung seine Subjekte an sein Gesetze glauben oder nicht was ich damit sagen wollte ist dass das eben das Verhältnis vom Staat zu seinen Subjekten eben kein Verhältnis von Glauben ist sondern Gewalt Verhältnis und ob die Bevölkerung seine Subjekte an die Gesetze glauben oder nicht ist nicht hinderlich für die Existenz des Staates das wollte ich damit vorhin ausdrücken und eben um jetzt nochmal den Glaubenspunkt aufzugreifen an den Staat muss nicht geglaubt werden der Staat sucht sich halt per Gewalt seine eigenen Subjekte raus und ob die dann dran glauben oder nicht ist dem Staat dann jetzt würde die unglückliche Ausdrucksweise ist dem egal aber ich habe es jetzt ausgeführt und man kann ja mal versuchen einfach mal sich der Gewalt des Staates zu entziehen einfach mal keine Steuern zahlen und schauen was passiert mich mich würde interessieren wer ist dieser Staat ist es eine Person es ist eine Gruppe von Menschen die sich da zusammentun und über mich herrschen wer ist dieser Staat wenn du jetzt sagst ihm ist es egal ob an ihn geglaubt wird oder nicht ja dann ist es doch wenn eine Person über mich herrscht dann weiß ich zumindest diese Person herrscht über mich aber ich weiß nicht wer ist dieser Staat wenn ich mich beschweren will wo kann ich hin ja aber mich interessiert diese Idee von diesem Transpersonal also personelle Herrscher verstehe ich ja da werde ich beherrsche da kann er kommen und mich mit dem Knöppel niederhauen aber mich interessiert die Herrschaftsform halt außerhalb der Parteien außerhalb der dass da einfach das so hingenommen wird ja ist dieser Staat existiert und mich würde interessieren wer ist dieser Staat und was macht ihn aus die Vorstellung vom Staat die ist bei dir denke ich sehr eigenartig und zwar das ist ja das Besondere der demokratischen Herrschaft oder des demokratischen Staates dass alle seine Herrschaftsmaßnahmen alle nur in der Form eines Gesetzes existieren die auf einen treffen den man gehorchen muss und als sozusagen als der böse Staat von dem man tatsächlich erschrecken müsste oder der einem das Leben schwer macht so ist doch das gar nicht sondern das ist ein riesen Gesetzes korpus der auf dem auf dem man trifft und dem man gehorchen muss und zwar wenn ich früh in den Postkasten gucke dann sehe ich dass ich unbedingt die Steuern zu bezahlen habe und dann dass ich die DSZ Gebühren zu zahlen habe und wenn ich die nicht rechtzeitig zahle dann werde ich sofort damit bedroht dass ich eine Strafe kriege und so ist es von früh bis spät und den ganzen Tag und das ist nichts anderes als die Art und Weise der Staat herrscht und wie ich auf ihn treffe und wenn du sagst wer ist denn das ja so kommt er daher dass du einfach alles mögliche machen musst und wenn du das nicht machst dann kommt die Polizei und da musst du vor das Gericht und wenn du das nicht machst und nicht bezahlst dann wirst du auch eingesperrt aber zu vorstellen der Staat ist für mich nur greifbar wenn er als Gewalt unmittelbar daherkommt ja so existiert er doch gar nicht also wenn du auf den Begriff der transpersonalen Herrschaft bestehst dann ja dann nehmen wir doch einfach mal den grundlegendsten Gesetzestext der die Gesellschaft so organisiert wie sie jetzt im Moment ist das als handfestes Dokument liegt es vor als Grundgesetz das regelt dann die Gewaltenteilung oder was auch immer das Recht auf Eigentum da liegt es doch vor und dem Grundgesetz das bestimmt jetzt nicht wer da an der Macht ist sondern dass es da halt Institutionen gibt wer da jetzt im Personal drin vorkommt ist da letztendlich auch irrelevant aber das Grundgesetz regelt es doch recht eindeutig als handfestes Dokument jetzt muss man mal aufpassen und ich denke insofern ist ein bisschen was dran was du sagst wenn auch nicht so denke ich wie du sagst ja in der Formulierung von transpersonalem Staat du denkst immer an den Unterschied nämlich an von Feudalismus Königsherrschaften und sonst was wo der Staat oder die Macht des Staates unmittelbar auch eine ja danach druckweise personalisierte Macht war die steht steht und fällt mit dem König mit dem Fatalherrscher mit dem Päpsten oder was weiß ich wie sie inne hatte jetzt haben wir aber hier gerade gehört ja insofern würde ich erst mal sagen ja ist ja nicht verkehrt zu sagen in der Demokratie ist die Macht nicht identisch mit der Macht irgendeiner Person über alles und jedes und jetzt haben wir aber gerade gehört aus welchem Grund dass vielleicht sogar die Stärke der Demokratie ist im Unterschied zu feudalen Herrschaften deswegen deine Ausdrucksweise nehme ich an mit perfekte Form der bürgerlichen Herrschaft da haben wir jetzt einiges diskutiert wenn dann müssen wir dann nochmal drüber reden aber jetzt daraus umgekehrt dann Zweifel zu kriegen zu sagen also existiert der Staat doch gar nicht wenn er nicht als persönliche Macht existiert da denke ich das haut nicht hin da müssen in der Ecke weiter überlegen ich würde gerne noch einen Satz sagen zu dieser ganz explizit zu der Frage wer ist dann der Staat hat darüber geredet jemand und der Staat macht dann und du hast gesagt und wer ist dann der Staat wenn es nicht die Politiker sind kann man ja sagen so haben wir ja auch geredet da gibt es eine gewisse Trennung das ist nämlich in den Institutionen in der Verfassung auf die die jetzt hingewiesen worden in die Gesetze eine Ordnung festgeschrieben ist und natürlich haben die Menschen mit politischen Zwecken aufgeschrieben und wenn man das soll jetzt kein historischer Ausflug sein sondern ein bisschen begrifflicher und das ist natürlich das Resultat gewesen von einer gewaltmäßigen Entscheidung da hat Deutschland einen Krieg verloren und die Siegermächte sind hier hingekommen und haben gesagt und die Ordnung schaut demnächst so aus eine Verpflichtung aufs Eigentum und aufs kapitalistische Wirtschaften und dafür gibt es eine Regierung und dann haben sie die die sie da an die Macht gebracht haben die vorher den Krieg verloren haben und wo sich die Amerikaner dann ihr Herrschaftspersonal ausgesucht haben was eben diesen dieses Land verwalten sollte und dann ist gesagt worden und ihr gebt euch eine Verfassung und zwar eine die zu diesen Vorgaben gepasst hat also muss man sagen wenn da das Rätsel ist was ist es eigentlich dann ist die ganze Ordnung ein Resultat von Gewalt die natürlich Menschen gegen andere durchsetzen und die Politiker die an der Macht sind haben ihre Macht nur deshalb wegen der in den Institutionen verkörperten Gewalt die sie politisch ausüben und dann ihre Gesetze gültig machen hat es was genutzt die verschiedenen Beiträge werde ich hier schon wieder angesprochen du musst ja auch nicht wenn du sagst du willst dann nachdenken letztendlich ich weiß nicht der Kanzler schwört auf die Bibel oder auf das Grundgesetz oder auf beides aber irgendwie ist es vielleicht auch bezeichnend dass auf irgendwas wieder mal geschwört wird und wenn ja der Staat sind Gesetze und wenn du sagst die wurden mit Gewalt durchgesetzt oder in Androhung von Gewalt ja dann ist halt ich wollte jetzt auch nicht irgendwie provozieren aber es ist halt nur mich würde halt interessieren wieso es so glatt über die Bühne läuft halt diese Art von Herrschaftsform während jemand kommt und mich umschubst da leiste ich sofort Widerstand aber bei dieser Form der Herrschaft das läuft halt glatt wie Butter und ich wundere mich wieso vielleicht kann man da weiter helfen also diese Form der Herrschaft funktioniert und geht runter wie Butter weil jetzt es gibt keinen Widerstand die Quelle davon ist die dass der Staat die notwendige Gewalt dieser Wirtschaftsweise organisiert dass es die gibt ist ein Akt der Gewalt die müsste es nicht geben man müsste nicht über das Eigentum wirtschaften man müsste nicht alle Sachen die nützlich sind zu Machtmitteln erklären mit denen ein Mensch den anderen sich dienstbar machen kann die Einführung des Eigentums als das Prinzip wie die Menschen untereinander in Verkehr treten die Einführung des Eigentums ist ein Akt der Gewalt aber da war vorhin schon mal länger die Rede davon das kommt ja in der Demokratie überhaupt nie auf den Tisch weil sich die Aktivitäten des Staates die werden immer bezogen auf was braucht die Gesellschaft damit die Wirtschaft wächst damit der Arbeitsschutz existiert für die Arbeitnehmer damit die Straßen da sind damit die Eisenbahn fährt und so weiter was braucht es dafür der Staat ist zuständig für die Organisation all der Interessen die auf der Basis des Eigentums entstehen diesen Interessen werden die Bahnen gewiesen wird Erlaubnis erteilt und Schranken auferlegt wird gesagt was man damit darf mit seinem Eigentum und was man nicht darf und deswegen ist die Herrschaft nicht 100% Feindschaft gegen die Interessen der Bürger Ja Sklaven der Herr ist der Herr und was der Sklave will gilt nichts In der bürgerlichen Gesellschaft da hat jeder seine durchs Eigentum erzwungenen Interessen und diese Interessen werden in Bahnen gebracht Susanne hat vorhin davon geredet die werden man kann auch davon sagen die Kanzlerin Merkel hat früher immer gesagt sie muss die divergierenden Interessen einer pluralistischen Gesellschaft auf Linie bringen oder zu einer Harmonie bringen wie auch immer die herrscht diese Herrschaft die hat nicht 100% Feindseligkeit gegen die Interessen sondern sie weist ihnen die Bahnen und dadurch dass jeder seine Interessen verfolgt macht er sich dienstbar fürs Kapital und macht das Kapital sich dienstbar für die materiellen Ressourcen des Staates und das ist der Grund warum es wirklich eine Verwiesenheit der Bürger auf die Staatsgewalt gibt die ihnen sagt was sie dürfen und was sie nicht dürfen und dieses Moment ist die Quelle davon dass die Gewalt akzeptiert wird ja ja und da möchte ich aber schon eine Ergänzung noch dazu machen das ist die Basis dass die Gewalt akzeptiert wird und natürlich eingeschlossen was auf dem beruht dass die Mehrheit der Leute alle den Fehler machen diese Gewalt zu akzeptieren obwohl die Lebensbedingungen die für sie resultieren da draus ja also für die Mehrheit die sich am Gewinne machen des Kapitals nützlich machen darf und wo eingeschlossen ist dass da der Lohn immer die negative Größe ist und niedrig ausfällt das die das sind die Bedingungen an denen man sich eben abarbeitet und es liegt an mir wie weit ich komme und so weiter sich damit abfinden das muss man schon dazu sagen eigentlich ist der ganze Vortrag auch eine Antwort auf deine Frage gewesen weil auf der Basis dessen was der Peter jetzt noch mal gesagt hat und wo der Ausgangspunkt war das alles ist doch außen vor wenn diese Herrschaft auch noch in der Demokratie eine Art und Weise organisiert wie die Unzufriedenheit die notwendig aus dieser Herrschaft und dieser Raison dieses Staates notwendig hervorgeht glatt noch zu einer Produktivkraft für die Herrschaft gemacht wird dass die Unzufriedenheit der Motor ist dafür dass die Leute sich dafür hergeben auch noch die zu wählen die dann über sie herrschen also das ist doch eine Antwort auf perfekte Form der Herrschaft hat hat der Werner eben gesagt wieso das runtergeht wie Butter in deinen Worten ja und da kannst du sagen und dann gibt es überhaupt nur eine Variante und das kann man ja zurzeit auch besichtigen in Polen zum Beispiel wenn der Erfolgsweg der Nation in der politischen Klasse gar nicht mehr so einig geteilt wird mit welchen Alternativen der auszuführen ist oder wenn ihr an die USA denkt mit dem Gegensatz zwischen Trump und Biden und dem fast Abkleiden in gewaltsame Verweigerung vom Trump nach der letzten Wahl die sind sich nicht einig in Amerika über die Frage wie nehmen die USA den Rest der Welt in Dienst als Ordnungsmacht oder als eine Macht die einfach auf ihren Nutzen schaut und da wird der Streit in der politischen Führung so vehement dass die bei aller schönen Demokratie hin oder her die Frage ist ob es nicht eine Spaltung im Land ist aber das ist die Frage dass die Führung von oben nicht mehr mit dem Erfolgsweg der Nation daran zu zweifeln begonnen wird und in der Demokratie wo das feststeht die Erfolgsprinzipien Wirtschaftswachstum die Leute darauf verpflichtet werden und dann wie hinten jetzt nochmal gesagt wird alle Unzufriedenheit genau in dieses Programm eingebaut wird das weißt du doch auch man muss ja Biertisch Gespräche da sitzt man nie aber wenn man in der U-Bahn ist oder in der Straßenbahn vor der Wahl die sind doch alle unzufrieden dass jemand sagt wir haben eine tolle Regierung wir können mit unserem Land zufrieden sein ist doch eine Seltenheit es geht doch so weit dass sie in den Radiosendern unter der Woche früh immer irgendeinen Quatsch erzählen damit sie eine gute Nachricht am Tag haben ja also das nur mit dem Unzufriedenheit aber schadet es irgendwas nichts weil die Unzufriedenheit in dem Sinne produktiv wird dass bei der nächsten Wahl ein Angebot gemacht wird und gesagt wird deine Unzufriedenheit kannst du befriedigen indem du eine Protestwahl machst in anderen Welt und das auch gemacht wird und dass das lauter Fehler sind das wollten wir ja heute von Anfang an versuchen zu sagen das geht ja los mit dem dass der Wähler seine Ermächtigung eine Ermächtigung dem Herrschaftspersonal gibt das dann mit ihm anstellt was die sich auf die Tagesordnung setzen natürlich ist das ein Fehler also eigentlich wäre mir als einen Satz noch zu der Frage warum machen die Leute das mit da sind ja jetzt auch Erklärungsversuche gekommen und viel gesagt worden aber in einer ganz Kurzversion meine Antwort auf die Frage warum machen die Leute das mit ja weil sie den Fehler machen ihre Zustimmung zur Beherrschung zu geben und den Fehler zu kritisieren das haben wir heute Abend versucht zu machen